hallo stelle ich mal mit dem rücken zu mir kommt darauf an wie stark gerade der in dem augenblick der wind ist wenn wir loslaufen die arm hast du da vorne dadurch haben wir mehr abstand kannst du viel besser laufen nachher aber wenn wir in der luft sind und ich sag alles okay lehnst du dich ja zurück man rutschen deine arme da und da hinein automatisch ja aber jetzt ist es draußen haben wir mehr abstand das laufen einfach verlieren kannst du sie nicht der sitz hält seine hose langsam nach vorne gehen ok stop 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 kleinen schritt nach links und los aufhören zurück wie fühlst du dich gefällt es dir Ja, das wird die Anspannung ablassen. Ja, das wird die Anspannung ablassen. Ja, gut. Ja, so. So. Ja, man kommt auch um den Berg herum. Ja. Ja, so. Ja. Ja, da wird es raus. Ein paar Treibstöne, die ich bitte nicht machen. Fingern da auch hin. Den Bildern kann ich nicht mal suchen, oder ist er wieder automatisch? Willst du in der Bildern noch immer nur Fragen? Kann man ihn dann wieder suchen, oder? Nein, nein, man weiß es schon. Es gibt kein Wien. Es gibt kein Wien. Es gibt so nicht, weil wir haben unseren Fragenlieg. Aber wenn es hoch oder runter geht, das ist gut. Und fühlst du dich sicher jetzt? Super. Ja. Einmal hattest du schon lebe von mir. Als du in der Zwischenhandel bist du in der Zwischenhandel. Italiener. Das werde ich nie vergessen. Ja, ja. Terrierer. Es hat mich nicht nirriggemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020